Hör da aus, auch meine Beine tanzen weiter, tanzen kopflos, tanzen, tanzen kopflos. Jeder Move ist in meinem Fuß gespeichert, tanzen kopflos, tanzen, tanzen kopflos. Du möchtest einen Audiovisualizer bauen und das ganz kostenlos, der so aussieht? Oder so? Kein Problem, mit DaVinci Resolve und einem kostenlosen Plugin kannst du das easy tun. Und das for free. Und ich zeig dir heute, wie es funktioniert. Auf geht's! DaVinci Resolve kannst du dir auf der Blackmagic Seite runterladen und das sogar in der kostenlosen Version, die auf der linken Seite steht. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Zuallererst möchten wir DaVinci Resolve öffnen und ein neues Projekt anlegen. Das nennst du, wie du willst, favorierterweise Audiovisualizer. Anschließend legst du mit STRG N eine neue Timeline an und setzt diese auf 25 Frames die Sekunde in Full HD. Warum diese Settings? Full HD reicht vollkommen aus und 25 Frames die Sekunde ist der europäische Standard. Würdest du mehr Frames nehmen, würdest du einfach nur viel mehr Renderzeit brauchen. Anschließend gehen wir unten in der Mitte in die Edit Page. Als nächstes suchen wir uns eine Fusion Composition aus der Effekt Library hier oben. Und wenn du hier oben ins Suchfeld etwas eingibst und es nicht findest, dann musst du nochmal auf Toolbox klicken, weil jeder dieser einzelnen Kategorien ist ein Unterordner. Und wenn du in einem Unterordner nach etwas suchst, was in einem anderen Ordner liegt, findet er es nicht. Logisch, oder? Also du suchst nach der Fusion Composition, klickst auf Toolbox, findest sie und ziehst sie in deine Timeline. Anschließend gehen wir in Fusion selbst hinein, indem wir hier unten auf den Zauberstab klicken. Jetzt haben wir Fusion geöffnet, also das After Effects von DaVinci Resolve. Jetzt müssen wir uns noch das Plugin runterladen, was wir brauchen für den Audiovisualizer. Dazu kannst du den Link unten in der Beschreibung nutzen, wo Reactor dran steht. Auf der Seite, wo du Reactor 3 runterladen kannst, musst du genau diesen Button klicken und dir das Lua-File irgendwo hinspeichern. Dieses Lua-File musst du anschließend einfach nur in die Node Area ziehen, also da, wo dein Media Out ist, und schon installiert sich Reactor. Falls du Reactor schon mal auf deinem Rechner hattest, kannst du ganz einfach oben über Workspace, Scripts, Reactor, Open Reactor, auch Reactor nochmal aufmachen. Wenn sich Reactor öffnet, kriegen wir einen Dropdown mit allen möglichen Plugins. Die zwei Komponenten, die wir hier brauchen, sind die Audio-Waveform von Yippie und der Suckless Audio Modifier. Bei dem Suckless Audio Modifier kannst du spenden, wenn du willst, für dieses großartige Tool. Ansonsten klickst du einfach auf Nein und kannst es trotzdem installieren. Anschließend klickst du auf Installieren und du bekommst die Nachricht, dass du da Vinci Resolve nochmal neu aufmachen musst. Aber bevor du das tust, solltest du auf jeden Fall mit STRG-S dein Projekt erstmal speichern. Jetzt ist es ganz wichtig zu wissen, bevor wir da Vinci Resolve nochmal neu aufmachen, die Audio, die du nutzt, um deinen Audiovisualizer zu machen, braucht zwei Dinge. Einmal die Audio, die dann im Video zu hören ist und einmal die Audio, auf die die Animation beruht. Du fragst dich jetzt vielleicht, nö, das ist doch dieselbe Datei. Aber die Sache hat einen Haken. Die Plugins, die du runtergeladen hast, die fressen leider nur Wave-Dateien, die kleiner sind als 50 MB. Das heißt, falls du eine MP3-Datei hast, musst du sie vorher noch umkonvertieren. Aber kein Problem, du kannst es ganz kostenlos auf Cloud-Convert machen und wenn deine Datei größer ist als 50 MB am Ende, dann solltest du auch die Kilobit-Rate runterstellen. 64 ist hier oben ein guter Wert. Nachdem du dir die Wave-Form runtergeladen hast, kannst du sie einfach neben deiner Original-Audio-Datei speichern. Okay, nachdem du deine Animations-Audio gerendert hast, kannst du jetzt ganz einfach zurück in DaVinci Resolve springen. Jetzt importierst du quasi die Audio, die du am Ende im Video hören möchtest. Dazu ziehst du einfach deine Audio-Datei unter die Fusion-Komposition und verlängerst die Fusion-Komposition bis zum Ende deiner Audio. Anschließend gehst du wieder in Fusion hinein. So, und jetzt wird es Zeit, die Animation zu bauen. Bevor wir jetzt den Audio-Visualizer bauen, wenn du es schnell haben willst, kannst du dir auch unten in der Beschreibung ein Pack mit sechs Audio-Visualizern runterladen für 10 Euro. Was nicht mal eine große Pizza ist und direkt loslegen mit der Visualisierung. Und dieses Demo-Projekt kannst du auch für dich nutzen, um selbst zu lernen, wie man solche Dinge weiterbauen kann. Weil ich habe in diesem Projekt alles betitelt, was was macht. Natürlich ist es gerade für die geil, die in Fusion tiefer einsteigen wollen. Aber wenn du Anfänger bist, dann fangen wir jetzt an mit dem Audio-Visualizer. Auf geht's! Okay, in Davinci Resolve suchen wir uns mit Shift-Space zuallererst die Audio-Waveform. Keine Sorge, ich habe zwei, aber du wirst nur eine haben. So, mit eins oder zwei können wir jeweils das, was wir uns angucken wollen, in einen der Viewer laden. Wenn du nur einen Viewer hast, kannst du hier oben auf diesen Split-Viewer-Icon gehen und schon hast du zwei. Wir klicken die Audio-Waveform an und suchen hier oben unter Browse die Audio, die wir über Cloud Convert runtergeladen haben. Ich habe sie hier Wave Comp genannt. Und voilà, wir haben, wenn wir das Ganze jetzt abspielen, eine Waveform, die durchläuft. Unter Zoom können wir das Ganze noch ein bisschen rauszoomen. Aber nur die Waveform ist ein bisschen langweilig. Wir könnten deswegen das Ganze in Bold einstellen und wenn wir die Resolution hochnehmen, können wir das Ganze mehr oder weniger als Grid anzeigen lassen. Wir können auch einen Filter drüber setzen. Wenn du zum Beispiel nur Bässe hören willst, dann würdest du das so anzeigen lassen. Wenn du nur die Mitten anzeigen lassen willst oder nur die Höhen, wo es mehr diese Hi-Hat-Ausschläge gibt. Aber ich lasse den Filter jetzt erstmal aus. Du kannst übrigens hier noch die Amplitudenskala transformieren, also höher und größer machen. Aber was noch viel interessanter ist als die Waveform, ist das Audio-Spektrum. Dazu gehen wir hier auf den dritten Tab, der Spektrum heißt Hauptsache Spektrum. Jetzt sehen wir hier den Frequenzbereich von Bass ganz links bis zu den hohen Frequenzen ganz rechts. Du siehst, wir haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze zu skalieren. Und was noch viel cooler ist, wir können das Ganze limitieren und komprimieren. Das bedeutet, wenn die Bass-Ausschläge, wenn du sehr basshaltige Mucke hast und du am Ende nicht viel siehst, dann kannst du hier einfach den Threshold runterregeln und du siehst, dann wird das alles oben abgeschnitten. Aber du kannst auch die Kompression runterregeln und dadurch ist die Kompression nicht so stark. Grundsätzlich würde ich bei der Kompression einen Wert von 4 eingeben und den Threshold so einstellen, dass alles halbwegs groß ist. Und dann kannst du die Skala einfach hochziehen und schon siehst du mehr von dem, was überhaupt passiert. Du kannst das Ganze auch als Bars anzeigen lassen, als smooth Frequenz und als Nadeln, was ein super Startpunkt ist für einen Audio-Visualizer. Okay, wir haben die Nadeln, die unseren Frequenzbereich zeigen. Als nächstes möchten wir denen noch eine Farbe geben. Im zweiten Tab können wir unter Thickness die Dicke ändern und auch noch die Farbe der Linien verändern. Jetzt möchte ich hier hinten im Image-Tab das Ganze auf ein quadratisches Format bringen. Dazu nehme ich den Haken bei Auto-Resolution raus und klicke hier auf 1080x1080. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum quadratisches Format? Folgendermaßen, du suchst dir eine Transform-Node raus, lässt sie dir anzeigen und gehst hier hinten bei Center, Y-Wert, eine 1 ein. Jetzt ist das Ding genau in der Mitte. Und wenn wir jetzt ein Coordinate-Space-Tool hinten dranhängen, dann können wir jetzt von Polya auf Rectangular umschalten. Und siehe da, wir haben einen Audio-Visualizer, der genau in der Mitte angezeigt wird. Als nächstes suchen wir uns einen Background raus. Dem können wir jetzt ein Gradient geben. Stellen den hier auf die Mitte. Stellen den Gradient auf Radial. Und jetzt kann ich noch den ganzen Farben verteilen. So, jetzt haben wir einen hübschen Hintergrund. Jetzt müssen wir das eine mit dem anderen verbinden. Dazu ziehen wir eine Verbindung von dem grauen Viereck der Coordinate-Space-Tool zu dem grauen Viereck des Backgrounds. Das erschafft automatisch eine Merge-Node, was unser Layer ist. Wichtig dabei zu wissen ist, dass der orangene Pfeil immer der Hintergrund ist und der grüne Pfeil immer der Vordergrund. Das heißt, würdest du es andersrum drehen, würdest du nur das sehen. Jetzt können wir in der Merge-Node noch die Größe anpassen, sodass es so ist, wie wir es haben wollen. Denn da wir jetzt gerade beim Mergen sind, suchen wir uns noch eine Merge-Node, gehen von der Merge-Node hier hinein und da in die andere Merge-Node. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier in diese Merge-Node noch einen Text einzufügen. Wir suchen uns einen Text. Dann geben wir im Text-Tool unseren Titel ein und verbinden den in die Merge-Node und schon sehen wir den. So, jetzt können wir den Titel entweder in der Merge-Node selber oder im Titel selber in der Größe und der Position anpassen. Du könntest jetzt allerdings genau hier auch dein eigenes Logo einfügen, indem du ganz einfach aus deinem Ordner ein Logo hineinziehst und das Ganze in die Merge verbindest. So, in der Merge kannst du das Ganze dann auch noch klein machen und da das Ganze hier rund ist, können wir jetzt auch so einstellen, dass das Logo niemals größer wird als der Kreis. Indem wir uns eine Ellipse holen und diese Ellipse hier in den blauen Pfeil den Masken-Input verbinden. Wenn wir uns jetzt die Merge angucken und die Ellipse anklicken, sehen wir hier drüben, wie groß die Ellipse ist. Und dann können wir ganz einfach die Border Whiff erhöhen, bis das Logo genau da abgeschnitten wird, wo es abgeschnitten werden soll. Aber ich nehme für meinen Fall jetzt hier erstmal den Text hinein. So, jetzt möchtest du das Ganze sicherlich im Takt mitwippen lassen. Und dazu brauchen wir den Sugglers Audio Modifier. Der Audio Modifier ist etwas, der einen Wert aufgrund einer Audio verändern kann. Dazu möchte ich jetzt hier die Size sich verändern lassen. Dazu klicke ich mit Rechtsklick auf Size, Modify with Audio Waveform. Jetzt habe ich hier oben einen Modifier, in den ich meine runtergeladene Audio reinladen kann. Sehr gut. So, wir möchten auf Unsigned Max klicken und möchten den Proxy ein bisschen hochstellen. So, und wenn wir das jetzt abspielen, siehst du, dass sich unser Logo bewegt. Das Ganze allerdings ziemlich klein ist. Und dazu können wir hier Amplitude Scale und Amplitude Offset verändern. Amplitude Scale macht quasi, dass die Bewegung, die aufgrund des Modifiers passiert, groß wird. Und Amplitude Offset ist quasi, wenn ich schon einen gewissen Startwert haben möchte. Wenn ich dem Ganzen jetzt noch ein Leuchten verpassen möchte, dann suche ich mir einfach einen Soft Glow raus. Und füge den jetzt hier in den Merge ein. Der ist allerdings viel, viel zu stark. Deswegen nehmen wir den Gain runter und nehmen wir die Glow Size ein bisschen hoch. Wir müssen noch den Clipping Mode vom Frame auf None umstellen. Weil wenn ich den auf Frame lasse, dann siehst du, wird der Glow hier oben abgeschnitten. Deswegen stellen wir ihn auf None. Und du siehst, das ist ein super schöner Glow, den ich jetzt so einstellen kann, wie ich ihn haben möchte. Dann verbinde ich noch das Merge mit dem Media Out, weil ansonsten sieht man am Ende nichts. Und jetzt heißt es Rendern. Dazu klicken wir hier unten auf den letzten Tab Deliver. Im Deliver-Type möchtest du dem Ganzen hier oben einen Namen geben. Dann kannst du unter Browse deinen Speicherort bestimmen. Dann möchtest du dir das Format von QuickTime auf MP4 umstellen, weil das viel, viel mehr verbreitet ist. Und möchtest Restrict to und hier, da es ein Full-HD-Clip ist, 10.000 KB pro Sekunde einstellen. Auf keinen Fall auf Automatic und Best lassen, weil das hier ist die bessere Option. Als nächstes klickst du die Advanced Settings auf und klickst hier unten unter Force Sizing to Highest Quality und Force the Bearing to Highest Quality. Anschließend nimmst du deinen Cursor und gehst mit dem bis ans Ende und drückst einmal O, was der Shortcut ist für den Outpoint zu setzen. Falls du nämlich hier hinten noch etwas anderes in deiner Timeline hast, solltest du das bestimmen. Ansonsten rendert er hier hinten ganz, ganz viel schwarz aus. So, als nächstes klickst du dann auf Add to Render Queue. Jetzt hast du hier drüben deinen Render Job angelegt und kannst hier unten auf Start Render klicken und er exportiert dein Video. Und wenn du bisher geguckt hast, nehme ich an, dass du nicht sofort abspringen willst, wenn ich dir sage, es gibt noch ein kostenloses Template für Audiovisualizer auf meiner Webseite in der Free Download Sektion. Also du kannst entscheiden, einen kostenlosen Audiovisualizer oder sechs krasse Audiovisualizer im Pack mit Erklärung für dich zum Lernen. Also ich hoffe, du unterstützt mich mit einem Zehner, hilft auf jeden Fall mir die Miete zu zahlen. Hey, wenn dir dieses Video geholfen hat, deinen eigenen Audiovisualizer zu bauen und du ihn veröffentlichst auf Instagram oder YouTube, dann tag mich doch, damit ich sehe, was du Geiles machst. Und ich möchte dir noch sagen, danke, dass du da warst. Also Kameramagier oder Mikrofonmagier, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.